Herzlich Willkommen bei der nächsten Folge von Spore. Ihr seht bei einer Paarung von zwei komischen... Ja, okay. Ne, warte, was machst du da? Was? Nein, mein Gott. Hör, ne. Was? Warte, Moment. Ich lege jetzt rein. Ich dachte, ich bin ein Männchen. Moment, warte, was? Ist hier nur los? Au, ich hab mich angeschlagen. Es ist geil. Es ist geil. Hey, Junge, hier, hopp. So, Augen weg, Mund weg, Körper reinziehen, so. Okay. Hier, hier. Ich habe nicht gerade den größten... So. Ich habe T-Rex hier. Boah, ich bin muskulös. Da habe ich wohl keine Augen. Nee. 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 Perfekt. Okay. Dann, ja. Wie das aussieht. Nein, oiga. Ja. Hm. Okay. Okay. Oh, oh. Noch ein paar... Oh, mein Gott. Was ist das hier? Hm. es ist ein kleines pikachu mit fetten Ohren oh ja, fette Ohren, das passt so, gut, dann haben wir die beißen singen singen das beißt gleich was soll besser aus Nö Nö Nö, Nö Nimm den hier aah better okay schloggen fallen das sind 3, das sind auch 3 Was ist das? Ich nehme die. Da. Füße. Rahmen Geschwindigkeit. 2... 1... Okay, ich muss jetzt warten. Oh, okay. Hast du es jetzt geholt? Oh mein Gott. Nee, auf der Tankstelle habe ich keine bekommen. Mein Cousin hat erst vor einem Monat oder so, oder zwei Monaten, weil ich nicht viel lang. Hatte aber eine bekommen, aber bekommen hat er heute keine. Und was geht's? Mein Cousin war vor drei Monaten oder zwei, oder sogar vor einem, weiß ich nicht. Vor kurzer Zeit erst eine Passiv Card bei der Tankstelle bei uns holen. Hat sie bekommen. Wir sind heute zusammen hingegangen, und keiner hat sie bekommen. Also, es ist keine hergegeben. Sie haben gesagt, die haben keine. Ja, dann stelle ich mich nur kurz stumm. Ich versuch das jetzt. Man guckt noch kurz. Ja. Ich schau grad, dass ich eine stelle. Dann können wir nachher... Also, ich bin schon da. Aufnahme, hab schon ein bisschen gespielt. Das ist die zweite schon. Ich schau grad, dass ich hier ein... Ja. ...ding baue. Mach das. Ich mach das. Okay, die Grundfarbe. мh, dabei... Oh, Gott! Keine Idee. Was ist das? Das ist was ist das? Was ist das? Schwarz. Hm, sieht... Das ist schon besser. Nee, das ist schon besser. Oke, mach das, ne, mach ich mich mal. Oh, weiß. ja das ist gut so perfekt gut ich bin jetzt ein tanzender komischer etwas ich bin niedlich wieder die striche überstrichen ich bin die wo hat denn es denn es denn es denn es denn es denn so und so gut ok ich bin aggressiv ich werde euch töten ich werde euch töten wie das aussieht Gott ich werde euch töten ich bin vergessen hey bleib hier ok der nächste ich bin eine kampfmaschine oh magi ist es gewachsen ich habe hände und füße ja ja intelligenz du bist ein wenig schlau geworden und hast den ersten schritt richtung bewusstsein gemacht du hast die fähigkeit erlangt verwendete für den rudel zu gewinnen die bei dem abenteuer ja ok gut ja 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 gib mir ein home da 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 das sieht so cool aus ja ja ich bin strong man oh ja ich habe muskeln ja 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 hey kannst du mir ein bisschen oh ja ja ich glaube mal der frage wie viel hast du noch auf deine pay-saf-card Geld ich habe keine PCF-Karten zu suchen was hast du sonst benutzt eine Wiese nein was eine Kreditkarte ja weil bei uns das gerade nicht klappt also keiner von uns sei ich habe das Geld aber nicht auf seinem Bankkommar wir könnten was ich dir etwa meiner account gebe nein was kannst du nicht holen oder wann ist das oder wann weiß ich nicht hey bleib stehen wann was öh wenn könntest du dir das runter äh laden ich holen heute nicht mehr oder warte ich müsste dann anrufen aber ich glaube schon sollte nicht mehr kannst du es mir nicht liegen die Zahlen und ich gibt es gerne einfach ja ich muss es sein ja ich muss noch mal fahren ich glaube schon mein allerbestes ja kannst du mir es zahlen oder ich müsste da meine Mutter überreden ich gebe dir das Geld mit einem Euro Zusatz du musst es in Franken umsetzen mit einem Franken Zusatz ich frage dann ok ich weiß leider nicht vom Arsch der Welt wo ich Franken her bekomme ich nehme einfach Euro mit und ich gebe dir du kannst irgendwie in Franco wechseln ja ich gehe zum Bankomar also ich gehe in die Bank und raub die Bank aus das klingt doch am logischsten oder was meinst du ja das ich fresse dich auf du Mini-Di du wurdest vernichtet jetzt hm 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 was ist das was ist das was ist das letztblick ich muss ich muss kacken hm oh my god oh mein got was bist'n du für'n Viech ich essen wie warte ah ich essen friss oh ja jetzt bist du dran mal wieder wie ein ausgerottet so was essen die die vernichtung hey gleich bin ich weiterentwickelt und haben noch ein größeres Gehirn oh oh tja noch ne neue Rasse und ja der wird jetzt sterben hey hallo wie geht es dir denn so ich muss dich ähm erkennen lernen ja du gehst dich ja gleich ein rrrr mein Gehirn das ist gewachsen oh mein god was ist hier nur los yeah mein Gehirn ist gewachsen oh ja ich kann springen und komische Geräusche machen schwarze bist noch da was ist mit dem los hallo aha sterb ich töte dich ich töte dich ich habe einen Sch- stock und ihr seid alle tot oh 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 ach wieder ist er back er geht zum Teil oh yeah so nun nach hause oh falsch na gut so Speed oh my god ich bin schnell das sieht komisch aus sehr komisch ich bin schnell durch los oh yeah ich lege jetzt ein Ei ich lege jetzt ein Ei oh 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 ja oh nein hier ist ein Ei oh mein god das ist noch eine geschlüpft Stauge Serium geil ha oh die lass ich mal hopp Schwimbe dieser blick dieser böse blick kitty ernsthafte kitty na ich mag mein pokémon mein pokémon what the fuuuck na es gibt es weiß nur stoffe 3 gesund heilt ja ist der besser oder ja ich habe einen komischen mund würde man das hier noch zwei füße die hier noch ein bisschen weiter nach vorne oh dann haut das jetzt mal hin hier hier oh ok cool dann was haben wir hier greifen schlagen stufe 3 was habe ich hier schlagen ok dann ist das klar das hier ich werde das erstmal ein bisschen ach sch schenkere mitn die rrrrraaaaa ok so ok äh füße ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht okay gut ne grössere füße so ein bisschen komisch aus hier perfekt auch ein hönnchen ja jetzt kann ich ein einhorn machen das ist banan einhorn einhorn größer ich bin einhorn und die stadt in jenisch ich hab so wenig gelten gut ok ich kann mich drehen ich setz mich hin ja ich 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 bin ein ich okay er ist das hier warte was ist das hier oh mein Gott oh pass besser dazu rar ich bin ein Panzer er kommt zur Sache du lavala du lavala du lavala scht lavalava scht okay okay das teil ist fertig ich trinke jetzt ein schluck wasser warte geht nicht in den sonnen untergang nein nein tschüss äh hallo tschüss bis zum nächsten mal es wächst keiner ein doch warte ja es wächst es ist geboren das einhorn schwarzi schwarzi vom schwarz schwarze schwarze lümmel oh oh ja dieser blick ja okay ey ey du warte tanz komm tanz mit mir dann war es das video für heute und dann schau bis zum und dann nicht mal bei spore jörra trubble mca trubble mca 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 mca